Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Hallo, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Ich bin ein bisschen müde. Schaut mal das neueste Video von Papa an, das ist echt klasse geworden. Ein Daumen und ein Kommentar wären super. Tschüss. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich auch noch, wer da kommt. Ich glaube es ja nicht. Ist das nicht jedes Mal ein Wahnsinnsausblick? Schaut es euch an und hier voll motiviert die Mitarbeiter. Ich finde das so toll. Wahnsinn. Pass mal auf, wenn es so ist wie immer, dann macht sie gleich wieder ihre Trittübungen. Fitness braucht sie nicht. Warten wir ab. Schaut es euch an. Oh, ist das schön. Der Park ist heute nicht ganz voll ausgebucht, aber es reicht. Wartezeiten bis jetzt zwischen 15 und 30 Minuten. Schaut es euch an. Oh, ist das nicht schön. Das Wetter, die Sonne scheint wieder. Ah, wer kommt denn da? Oh, schaut es euch an. Piraten von Batavia. Ja, und da unsere Maskottchen. Voll im Trend. Okay. Dann schauen wir mal, was es weiter gibt. Ein kleiner Plausch. Eine kleine Lagebesprechung. Ist das nicht schön? Und vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt jemand kommt. Ihr müsst es euch anschauen. Die strahlenden Gesichter. Selbst bei Erwachsenen. Ich bin jedes Mal so begeistert. Wahnsinn. Okay. Dann schauen wir mal weiter, was uns der Tag noch bringt. Ich habe da was so im Kopf, was ich heute mal filmen möchte. Ansonsten schaut es euch an. Martin. Ach ja, ich bin ehrlich. Ich dachte, Mensch, das Geisterschloss. Das möchte... Oh, 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 oh. Heute ganz gefährlich. Schaut es euch an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich liebe es. Und fast bitte auf euch auf und bleibt gesund. Und ganz liebe Grüße vom Europapark. Martin. Oh, ich werde jetzt hier reichen. Wer sich aufs Schloss der Geister mag, er landet schnell in diesen dunklen Zahn. Ich werde jetzt hier reichen. Ich werde jetzt hier reichen. Ich werde jetzt hier reichen. Das war's für heute. Herzlich Willkommen meine Freunde, wie schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Ihr werdet euren Spaß haben und für immer bei uns bleiben. Und nun geht es abwärts. Und dann geht es abwärts. Und dann geht es abwärts. Lass mich nicht allein. Bitte, bitte. Die Herren Medici, man wünscht einen guten Appetit. Und dann geht es abwärts. 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 Die Herren Medici! Dann geht es abwärts. Nummer 5. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit ein ganz wunderbarer Gruß Ein Geruch der Schlauze lesen Von Kadavern, die verwiesen Vor uns zu Ich führ dir die Zeichen Von diesem Gott aus dem Sünder Dank dem Westen Wie dein Sünder Deine Sünder Die Schlauze 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 Untertitelung des ZDF, 2020